Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Blackshadow, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo. Ja, Ankündigungsvideo. Und ich habe natürlich wieder überhaupt nichts vorbereitet, wie immer. Ja, gut, egal. Und zwar am 28.07 kommt Ground raus. Das ist ein Survival-Game. Ja, ist so ähnlich wie ARK, aber auch wieder nicht. Ich tue einfach euch mal das Game unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr selber mal gucken. Ja, gut, egal. Ja, gut, egal. Vorab würde ich gerne noch irgendwie was anderes starten. Vielleicht ARK. In den Hardcore-Survival-Modus, also jetzt nicht so Lali-Fari, sondern wirklich Hardcore-Survival auf eine komplett neue Map Crystal einnimmt. Ja, gut, egal. Ja, gut. Ja, gut, egal. Zumal. Ja, gut, egal. Oder. Einen. Ja, gut, egal. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Vielleicht mit ein paar Mods drauf und so weiter, mal schauen, ihr könnt mir einfach meine Videobeschreibung schreiben, ob ihr Bock darauf habt oder nicht, oder ob ihr was anderes zocken wollt oder sehen wollt oder wie auch immer, ja, ich hab einfach keine Ahnung, es ist das Sommerloch, es gibt keine geilen Games zur Zeit, die man zocken sollte oder könnte, ja, wie gesagt, schreibt mir jetzt einfach mal in die Kommentare, machen wir irgendwas mit ARK neu oder nicht, mal schauen, so, ich sag dann erstmal, schau, ich würde mich über jedes Kommentar natürlich freuen und natürlich schreibt mir rein, was ihr sehen wollt und habt noch einen schönen Tag, haut rein!